Was? 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 Das war so clean. Perfekt. Step 1 noch mal geschafft. Zusammenrufmann. Junge, was ist passiert? Junge, was ist passiert? Was war das? Ich bin gerade fast gestochen. Ich bin ready. Ich bin ready. Ich bin ready. Let's go. Vamos. Oh Gott. Ah, fly. Was sind die Sneaks? Was sind die Schuhe? Die sind... Verschlüsse. Ich wollte noch meine Katze. Kein Mensch. Was brauchst du gegen meinen Aufzug, du... Ich glaube ich geil das war. Da ist grün. Grün ist die Fahrer der Hoffnung. Damit du jedes Mal hoffen kannst, dass du im Erdgeschoss ankommst. Dann wählt auf die grünen Doppel. In Pfaff, da wohnt Harry Potter. Da kannst du die Tür aufmachen. Warte, warte, warte. Lumos. Schluck Schnecken. Ja. Was meinst du, Bro? Ja, Digga. Ich hab... Gib mir bitte mal deinen Code. Das ist nicht mein Handy, Digga. Kannst du trotzdem deinen Code eingeben. Ah, ich hab's geschafft, Digga. Der Salamete. Hi. Genau, die zwei Krüspie-Chicken. So machen wir's. Cola. Mayo. Gute Wahl. Das wär's. Zauberer Sache. Danke. Bitte. Das ist gar nicht dein Handy, Digga. Wir begleiten die Lüge überall mit hin. Und ich darf mir nicht mal ein Lied. Ich darf mir nicht mal ein Lied. Ich spiel alles. Ich spiel alles. Was ihr wollt. Aber nicht diese Indianer, Digga. Es geht nach vorn. Noch nicht mal was dafür bekommt. Es tut mir gut, bring mich nach vorn. Wie Therapie für mein Komfort. Zwei Züge fliegt davon. Banks. Automatik. Eine Ewigkeit später. Wir haben noch eine Stunde Fahrt. Bis in deine Stadt. So jetzt. Hier. Clubindex heute Abend. Absoluter Turn-up. Das ist Shitdorf. Shitdorf. Shitdorf mit Ü. Was hast du denn du verstanden? Shitdorf. Nein. Shitdorf. Ist mir auch egal. Gottloser Turn-up mit Django. Mit diesem Chiago. Mit dieser Dominiziana. Mit meiner Wenigkeit. Denno ist dabei. Fabrizio ist dabei. Alle sind am Startladen. Ich bin noch ziemlich müde. Übermüdet. Wegen 8 Stunden Fahrt. Ich stink noch ein bisschen weiter. Wegen 8 Stunden Fahrt. Wir tragen Bargelds-Werkschaft und ein bisschen *** Geruch. Heiß Geruch. Ich zeig das in jedem Land. Ich hab's nur in die Kamera gezeigt. Ich hab's nur in die Kamera gezeigt. Auch ein bisschen Platz hier. Das ist ein bisschen bekackt halt hier. Macht ein bisschen Lärm. Machen wir ein bisschen Lärm an. Wir reißen uns erstmal den Cutting auseinander. Weil hier haben wir die feinste Ware. Keglewitsch-Wodka. Verschiedene Sorten. Ich glaub 8 an der Zahl. Der Apfel war krass, Digga. Der war richtig krass. Alter, dann gib mal wen. Kann ich jetzt hier mal einen dicken Sipp nehmen? Die zwei nehmen wir schon mal. Können wir noch was machen. Außer trinken, gell? Können wir noch schön trinken, wa? So. Also. Und das bringen wir jetzt ein bisschen unter die Leute. Da kommen schon mal direkt Schlager. Perfekt. Ja, aber das ist nicht unser Bier. Da ist der Leila. Ich hab das Gefühl, es gibt nur noch ein Schlager. Nee. Dicht in nem Flieger. Alles dick. Denn der Bass knallt brutal. Digga. Ihr seht. Seht ihr ein Gebäude. Ist ein bisschen beleuchtet. Und tatsächlich sind wir im größten Club Deutschlands heute, meine Freunde. Ein, Olli. Ein, Olli. Ein, richtig. Ein, richtig. Ein, richtig. Selbst drauf, oder? Ein, Olli. Ein, Olli. Ein, Olli. Ein, Olli. Eigentlich bin ich ja nicht so der Schotttrinker, ne? Tschüss. Tschüss, Jungs. Lass es euch schmecken. Tschüss. Ja. Baba. Baba. Geil, geil. Das ist so voll... Ja, so dieses... Aber ist gar nicht. Geht rein, geht rein. Voll entspannt so. Geht rein. Mach mal nochmal. Mach nochmal. Mach nochmal. Mach nochmal. Nukleasuf heute. Nukleasuf heute. Ihr wart doch nicht im Hotel. Nein. Ich hab den Schlüssel gerade hier gekriegt. Mit Kopf. Ich war nicht. War nicht. Puh, puh, puh. Nach die ganze Zeit, Digga. Bleibt das Video und dann schreibt der mir, Ejo, mach mal diese After, äh, diese... Sag mal was. Wie war krass. War krass. War super krass. Nee, schon krass, was da rausputert. Das war sehr krass, das Video. Weißt du nicht mal? Das war sehr krass. Ja, komm, wir schauen mal kurz, wie es da aussieht. Was? Ich fahr. Auf keinen Fall. Ich fahr. Ich fahr. Ich fahr. Du hast mein Finger über den Arsch. Das war's. Was? Was bist du? Digga, was? Hast du das gesehen, Digga? Hast du die Scheiße drauf? Was da? Spring mal vom... Jesus! Jesus! Jungs und Mädels. Brutal, brutal. War zu wild. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt nach Dortmund noch zur JP Performance. Burger fetzen und wenn wir noch Zeit haben, im Museum vorbeigehen. Wenn wir keine Zeit haben, trotzdem im Museum vorbeigehen und so eine Zimtschnecke fetzen. Und danach fahr weiter nach Freiburg. Zwischenstopp in Stuttgart, Auto holen von Fabrizio. Mein DJ-Pult holen und dann geht's weiter ins Leberhautabend. Heute geht hier tatsächlich ein Traum für meinen Bruder Sandro in Erfüllung. Wir sind jetzt hier angekommen bei TV Performance. Mein Traum ist bei der echten Erfüllung, Digga. Also, jetzt ist ein kleiner Fanboy im Moment. Aber ich träum von über sechs Jahren hier zu sein. Ich bin jetzt hier. Ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Verhalte dich normal. Entschuldigung. Digga, ich krieg gleich einen Anfall. Junge, du bist auf der GoPro, Digga. Alter. Toll, du darfst doch überleben. Nee, du darfst nicht auf der GoPro, oder? Ja, das geht. Ja, das geht. B****. Du darfst dann wiederbilen.